Gedanken zum Muttertag Wenn man den Muttertag betrachtet und sich seine Gedanken macht, meine ich, dass auch für manchen gewiss ein Tag fürs eigene gewissen ist. Im ganzen Jahr ein einziger Tag für all die Sorgen, Mühe und Plag, die sie ja gehabt hat schon mit dir. Sie ist oft auf in aller Frühe, ist an deinem Bett gesitzt, nächtelang, wie du noch klar warst, oft und krank. Sie hat die Tröst bei jedem Schmerz, ein Pflasterl gehabt fürs Knie, fürs Herz. Du hast alles haben können von ihr und sie wollte nie einen Dank von dir. Jetzt kommst am Muttertag ins Haus und bringst Geschenke und Blumenstrauß. Das kaufst du in ein Geschäft schnell ein, das kostet was, braucht nicht billig sein. Das bringst du dann geschwind, du bist in Eil. Zu einem kleinen Plausch hast du keine Weile. Dabei war es viel eine größere Freude, jetzt du für sie eine Stünderl Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017